Wir bitten darum, den Geruch aus dem Süden der Stadt zu ignorieren, bis die Müllabfuhr wieder arbeitet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ein Rat der... Der General erinnert an die obligatorischen Freiübungen am Sonntag auf dem Marktplatz. Und immer lächeln. Die monatliche Mehrration wird morgen 9 Uhr auf dem Marktplatz ausgegeben. Nur offiziell zugelassene Behälter werden befüllt. Die DRM trägt die Masken zu eurem Schutz. Wahre Gerechtigkeit ist anonym. Am Dienstag werden im DRM-Hauptquartier neue Ausweise ausgegeben. Die ersten 50 Abholer erhalten kostenlose Lebensmittelmarken. Die Miliz braucht sie. Besuchen Sie noch heute Ihr Rekrutierungsbüro. Schiemasken sind selbst mitzubringen. Bei den Hausdurchsuchungen letzte Woche wurden Verstöße gegen die Vorschrift, ein Bild des Generals in jedem Haushalt festgestellt. Die Täter wurden zur Rechenschaft gezogen. Alle Volkszählungsformulare müssen vor dem 20. des Monats im DRM-Hauptquartier abgegeben werden, unangenehme Konsequenzen zu vermeiden. Alle Autos bespielen der Wunderlicht-Panzerparade bis morgen 7 Uhr. Alle Autos bespielen der Wunderlicht-Panzerparade bis morgen 7 Uhr. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Erbitte weitere Unterstützung. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Zusätzliche Truppen sind unterwegs.